Ja, die Esch, da müssen sie was tun, mein Junge. Esch hat einfach keine Hitbox, Alter. Die Bahn auf Furtze Glatze. Das ist nicht mehr. Nimmst du Hibana mit, nehm ich Frutze mit. Ja, der Garage ist sauber. Ach, irgendwo unten, Lobby oder... Server auch sauber? Ne, Server. Okay, klar. Sieht so oben bei dir aus, Vaudi? Bewegung? Unten? Oh, bei der Hibana habe ich nur das Leuchtpunktsrisier drauf, das ist er jetzt. Okay. 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 Und? Okay. 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 Du kannst hier futzen überall, ne? Hier, die ganze Decke. Achso. Das hier schön. Achtung. Ah, es probatet noch einer. Ach komm. Und, falls so schön ist nochmal, Achtung, Flupp, Flupp. Tut mir leid, ich bin mir die falsche Richtung bestimmt. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Auch der Puls ist open. Oben? Ich muss hier oben. Scheiß. Oben. 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 Wir haben verloren. Beste immer nur sagen, ich bin tot und von da und da kam es. Aber das können wir doch jetzt, oder? Wir haben auf jeden Fall eine Twitch dabei. Eine Drohne ist weg. Vom Haupteingang. Bis der Richtung und von Garage-Seite. Sie sind auf jeden Fall schon unten, Garage. Ja. Die Fenstersaufen aufpassen. Genau. Die Hibana. Ja. 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 Das hier unten ist offen. Muss aufpassen. Ey, ich schieße und... Es passiert nichts. So ist das in dem Spiel, ne? Wo war der? Hinterm Weißman. Wo war der? Hinterm Weißman, der schießt immer noch durch diese scheiß Scheibe. Ja, aber ist der letzte da drin. Der ist der letzte. Aber Puls läuft hier auch irgendwo rum. Der ist jetzt tot. Puls ist da drin. Puls ist weg. Nein, der letzte ist hinter weißem Van. Hinter weißem Van ist er jetzt grad nicht. Ja, da ist er grad rumgerannt. Ach, da. Kriegen wir das scheiße Spieß um? Auf gehts. Auf gehts, ab gehts, Leute. Ich baue auf euch, ich baue auf euch. Keine können sie bauen. Ich hab auch da fürs Haus für einstürzen. Ich mach auf jeden Fall zwei Dropper oben zu. Ja, ich brauche einen. Also ich und Terror gehen hoch zum Dropper zu machen. Ihr bleibt drinnen und ich verstecke den Rest am Westen. Wie, ich verstecke mich? Ich verstecke noch eine und... Hä? Ich geh mit hoch. Du müde, ha? Ich hab schon Kaffee gemacht, sonst werde ich heute auch nicht alt. Da kann der Mikey noch nicht mitreden. Er kann die Nächte durchmachen. Ja, aber... Bei Mikey merkt man auch so. Ab eins, zwei, drei Uhr nachts. Dann lässt es bei ihnen aber auch nach. Ja, wenn ich lange spiele, aber... Wieder eine fucking RPG, Alter. Wenn ich so spiele, so extrem lange spiele immer. Dann werde ich einfach nach der Zeit schlecht, sag ich mal so. Na ja, so bis um vier kann man schon die Leistung halten. Was? Haben wir noch ein Eisen? Ja, eins hab ich noch. Wo hätten sie es denn gern? Ja, hier vielleicht. Wo sind meine Leute hier oben? Die Haupttüter hängt da schon wieder auf. Das ist zu Garage, Dieter, ist doch offen. Da, wo ich markiert hab, da ist offen. Oh, lol, hier kann man noch offen. Hä, das Peak ist ja richtig geil geworden. Ich glaub, das war Gläs. Ich bin mir nicht sicher. Oder futze. C4 wird angebracht. Hinten geht was auf. Da hab ich was gesehen. Zahna ist auch down. Hier war irgendwas. Hier aber noch mehr. Oh, da ist die Luke auf. Ich brauch dringend Munition. Ich brauch dringend Munition. Das war Wahnsinn. Du dich hier hinlegst. Hallo. Hier. Auf dem Dach oder aus. Da ist oben. Ist oben was aufgekommen? Ne, bei mir. Ja. Hab's ja immer aufgemacht. Oh, der Haupteingang wieder. Fuck, was ist denn da? Sehr gut. Da ist noch einer. Ja, aber den, warte. Der ist genau beim Dropper. Wenn du da ein bisschen quer rüber schießt, kriegst du ihn. Ja. Er ist rausgelaufen. zum Beispiel, wie auf jeden Fall und weg war das. Das war' die Fall. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. So, Garage hatten sie verloren, ich denke hier nimmt sie die Nummer. Keine Ahnung, hier war noch Frutze oder Glatze? Ich glaub das die ganz rauf geht, nimmst die Bahner und nimm wieder Frutze. Glatze, Mütze, Glatze. Glatze. Mütze, Glatze, Glatze, Mütze, Mütze, Glatze. Glatze. Ich dachte er war Logo. Das war ein schönes Lied. Ehrlich, ehrlich, ist Garage? ich versuche nicht drauf zu gehen und der pols rennt rauf pols rennt rauf da mache ich einmal der länge nach schlitz auf oder soll ich uns ein tunnelgang bauen dass wir auch durchkommen eine gute frage raus die tür nicht da hinten war doch auch also schlitz oder lang jetzt hat der blitz dran gemacht natürlich doof dass das mir jetzt noch da ist jetzt baut sie sich da ihre mira taktik auf das ist mir zu p mann da kann man da auch durch die decke durchfutzen du bist mal von oben direkt an die wand ran weißt du so das moment und garagentor gefust wird ich habe ihn schon ich habe ihn und noch mal hier hinten ist noch was hier hinten ist noch was vorsicht achtung futzt noch mal oder ja hau lauf andersrum genau hast du ihn habe ich endet was oder ja genau ja der ist tot das mache ich hinter dem weißen auto hier die decke noch auf ups kann ich gar nicht äh pinguin hast du noch matten dann mach mal hier hinten bitte auf ach hier hier hinten jetzt gewischt pinguin pinguin hier gelbe markierung da ist hinter dem auto wenn du da springst ist das hinter diesem weißen auto bei den rohren ist auch was hinten bei den rohren ist was gewesen auf jeden Fall der hat schon was erwischt ist das nur durch die mire die lebt sag nicht sowas nur noch kenne ich ja ich bin so schon drin da ist das wirklich nur noch mire ja aber es geht ja so schnell da hinten da 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 rechts wie vor du hast sehr gut hohoho böser ibi böser böser das mit der decke aufrufen war ne gute ja sauber weggenetzt das hat aber schon schlecht ausgesehen ja anfang dachte ich scheiße ja kriegen wir schon wieder auf über das weg dachte ich auch ich dachte hier abwax jeder kein rädchen nichts und kein einziger gescheiter sniper abschliessen herunter mann ist das peinlich ey 37 punkte nur plus ey oh gott ich glaube 70 punkte hast du 50 punkte habe ich bekommen was mit rück na scheiße 25 zu schief die gut gut was ich warte das kommt das ist Ist gleich. Ma Pugu Vugu Pugu. Ist gletsz. Das ist vielen. Hier. Sization. Lass auf euch welche und der tatsächlich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hast du die frische Luft auch schön brav gefiltert und mit Rauch angereichert, bevor du sie zu dir genommen hast? Nein. Kottel. 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 Die Küche, ne? Ah. Nein. Das stimmt, dass ich den nicht treffe mit meiner Scheiß-Foods-Strohung. Mit dem Cheater. Ja. Ne, ich hab einfach nur keinen Aim, ich schieße immer daneben. Kottel. Habt ihr gesehen, wo K.A.V.E.R.A. ist? Komme, oder? Wir brauchen den Treppenherr ist, wo wir gehen. Boah, was ist denn hier? Was soll das denn? Ich dachte, Turm. Kleiner Turm. Kleiner Turm. Ja, hier? Ja, kleiner. Kleiner, kleiner. Ne, ne. Ja, hier ist die. Ne, das war die. Da ist die auch noch. Hier ist ein Vorhaben, da ist keiner drinnen. Ich bin drinnen, ich bin drinnen, ich brauche Hilfe. Gut, Scheißerarzt. Ist das weg? Überall liegt einer, Mist. Ich bin drinnen, ich bin drinnen, ich bin drinnen. Genau, bleibt an der Ecke, bleibt an der Ecke. Kämpft, ne? Ja, ich habe ihn noch. Ich bin drinnen, ich bin drinnen, ich bin drinnen. Das ist gut, dass wir die erste Runde gewonnen haben, das ist schon mal gut. Ja, wie ist das? Gut, schon? Ja, klar. Das ist nicht gekommen. Ja, das ist ein guter Weg. Ja, das ist ein guter Weg. Ja. 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 Viase ja genau. Ja, koche dann, ich glaube nicht. Ja. was ich meine diese taktik er ist die andere offen lassen dann hast du aber da kann ich nämlich auch bände dran und dann ist alles safe ich nehme ich die andere nicht die andere nicht da schießt du dann du ich weiß was ich meine machst da jetzt ihre fenster rein so weit leer dann können wir das hat sie noch gut für den tisch habe ich doch schon aber da kannst du hin ich glaube ich weiß nicht aber gucken wir mal was auf die decke oben auf terror wo braucht sie noch noch wände hier oben da aber noch schnell junge ja ich arbeite dran und da welche hier haupttür ist auf da wo ich bin also bestimmt 45 stück wenn ich sogar alle hier doch nur drei sein gut habe ich noch wir machen die luke wir haben da die bahne hingeschossen aber die ding staunten steht dann ich hoffe dass das nicht funktionieren drei stück sind oben bei dem dropper jetzt versucht jetzt versucht fuse sein glück jackal hat mich immer noch drei beim dropper es gibt jetzt treppe es ist immer noch bei der treppe ja wo dingster geschraubt ist zwei beim dropper es bei der treppe der dritte kommen jetzt alle über die treppe ah ne einer noch von hinten wieder äh warte hier ist es nicht normal ey wie man es es ist mögliiich weih πολύ er so chat prallt vom boot ab das ist nicht schön gemeinde disrupt die das Nein. Beide Kellerzüge. Warum bin ich denn jetzt genau in die Minute? Ah, stimmt. Danke. Guck mal, in welche Richtung Cavera läuft. Pichu, was ist getan? Weiß habe ich nicht mitgekriegt. Sind die da, wo wir waren, oder? Ja. Ja. Ah. Hinten auf dem Gang ist das, markiert, läuft jetzt in die Küche, zwei in der Küche. Wieso habe ich den jetzt abgezogen, ich habe den getroffen. Nein, 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 nein. Ohne wird es der Eif, der spielt jetzt nicht mehr sauber. Sofort auf Peak, sofort. Ja, komm, lass es. Da liegt ein Feind draußen im Track, oder was ist das? Der ist verletzt, ich habe mich eingefrackt, aber ich bin nicht mehr tot. Jetzt ist er weg, Alter, scheiße. Haben sie ihn echt wieder gelebt? Der ist reingekommen. Ah, scheiße, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Die Kamera ist gut. Er ist schon über 30, ich werde weg sein. Oh, der deckt. Ey. Der Eifi ist nicht sauber, ohne Witz. Nee, da ist nicht da, aber das ist ein Bauchtreiber. Ey, 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 ey. Da ist dein Ding schon wieder am Arsch decken. Was? Deine Stimme. Da ist die ganze Zeit. Dein Popo-Loch. Wo können wir denn? Aber ein Schreiber. float. Melanie, bitte. Entschuldigung für die Schreiber. Der Eif. Der Eif. Das ist schon ziemlich auffällig. Findest du? Ich finde die Kills beim Gegnerteam sind noch gerecht verteilt. So, hat einer 10, der Rest 0. Naja, nicht ganz. Der eine hat 11 und die anderen haben 2, 3, 2 und 0. Nein, aber das ist echt interessant wie diese Ivy abgeht gerade. 0,2,4. Geil, Alter. Große Versammlungshalle. Das Schlimm an der Geschichte ist, ich möchte doch gegen solchen hier gewinnen. Da gibt es nur eins. Genau. Nicht so. Wenn ich hier nur gejammert habe, dann kann man nicht agieren. Ich muss kurz der Ding durchsagen, die Position. Die schießen nur aus der Hüfte, die ziehen worden ist, die müssen vor uns ein bisschen. Gesundheit. Oha. 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 Ja, die ist doch in einem geschlossenen Raum. Er muss sich entschuldigen. Ja. Was ist? Tschö. Gesundheit. Tür, Ding, Fenster zu machen. Aufwischen. Hm. Hm. Da hebelst eh klare Schrott. Da hebelst. Oha. Das war's für heute. Das war's für heute. Bobentruhe. Bobentruhe. Okay, ich weiß den Scheiß. Boah. 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 Da kann er nicht schaden. Ich bin für ein besseres Gefühl. Ist das ein Spitz? So, möchte ich jetzt wieder irgendwelche Pausen? Nö, ein bisschen weiter verlieren. Ach schon, alles gut. Lass mal locker spielen. Ne, lass mal locker spielen. Mal gucken, was passiert, wenn wir wieder... Mal locker machen und dann wieder ranwenden. Dann merkt das, dass er besser wird. Gewöhnen wir wieder. Ja, genau. Das ist auch gut für die Potenz. Wenn du da krankenspielst. Ja. Eigentlich, ja. Da sind solche Sprayer auf den Maps. Das ist unnormal bei WF4. Wahnsinn. Ich glaube. Flieger überall. Sichtgerät am Tag, wo du normal nichts sehen würdest. Warte mal. Warte mal. Buku. Mit Afrikanisch, nichts mehr. Zoni, was ist 2 plus 2 mal 1? Boah, du stellst dir da schwere Fragen. Warte mal. Hier. Warte mal. Ja, weil 6 ist einfach falsch. Warte mal. 6 ist falsch. 2 mal 1 ist 2, 2 ist 4. Falsch. Ah, wieder der Pumpe. 2 mal 1 ist 4. Punkt. Punkt mich doch einmal ab, wenn ich zock nicht mit Mathematiknerven, Mann. 2 plus 2. Ganze Tag Mathematik in der Birne. 6. Ja, das schon. Aber es war ja mal 1. 1 und 1. Mal 1 ist bei mir 1 und 1. Boah, ich hab doch mal 1 ist 4. Boah, ich hab doch mal 1 ist 4. Warte mal. Ja, ich hab doch gesagt 4. Noch mal. 2 plus 3 oder 1. Das ist für eine Ursprungsaufgabe gewesen. Das war schön. Was für eine Ursprungsaufgabe. Das ist ja wurscht. Wir finden jetzt Bio-Gefahrgutbehälter und freuen uns. Genau. Ja, du musst dein Gehirn erstmal schonen, weil sonst wirst du ja nie gesund. Geht so nicht weiter. Was? Genau das meine ich. Nichts wissen, nichts wissen wovon du spreche. Was in meine ich ich was? Was in meine ich was? Was in meine ich was? Du bist nicht ein L-Q? Nein, ich bin mir falsch. Das sind Baten, diese. Ja ja, ganz. Das bin dir falsch. Was in meine ich ich was? Hallo, Boah, ich bin ich was? Was in meine ich ich was? Halle, Hühler. Picken. Aber was Unanstelliges machen die doch nicht. Es ist halt locker. Die dezimieren sich. Den hat Furtze dabei. Nein. Nein. Wache ich auf. Aua, das hat doch wehgetan, Mann. 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 Nein, das ist auf jeden Fall ein Objekt. Ich glaube, es ist mir her. Einer ist drinnen. Dominik, hast du den am Fenster? Ja. Ich will ihn haben. Ich will ihn töten. Nein. Ich dachte, du hättest ihn. Juhu, ich hab ihn. Ja, den einen Affen schon gehabt. Den anderen am Schluss. Der kam. Aber da ist er gut. Ja, ich schürs. Das kann man trifft ja nicht. Mist. Jetzt können wir ja davon ausgehen, dass da wieder ein paar fallen. Wo wollt ihr hingehen? Wahnsinn. Musst ihr mich mit? Ich muss. Der eine wurde schon rausgefunden. Ah, nein. Du kannst das Ton hier nicht spüren. Jetzt die Hände. Super. Nee. Nee. Ich bin weg. Ich bin weg. 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 Also, Spiel weg oder was? Nein, aber aus dem Zimmer raus. Ach so. Nouueehh. Neueehh. Weeehhää. WeeeeeehhOU声. Weeehh babaehh. known. Bole. Das hat jetzt nicht gepasst. Also, jetzt hast du alles gestürmt. trip! Tropa ist noch offen. Tropa ist noch offen. Tropa Ja, da bin ich. besar. Tropa hallo. Ja. Hey, der Trupp ist noch öffnen. Und wie das? Information, Information. Da. Gelbiermarkierung? Ne. Nord, Süd, Westen? Niemals ohne Sa- East Coast. Brennster hier, Freunde. Boah, Dach. Boah, Dach. Boah, Dach. Boah, Dach. Ich bin an der Fahne hängen geblieben. Oh, warum? Das war ne gute Information. Danke. Gut. Boah. Äh, Red Stairs. Und zwar... Okay, es ist das Ding an ein Haus anschlagen kann. Da hälte ich so ein Blöd. Red Stairs. Ganz oben lässt sich einer ab. Die Nummer ist, Sie sind auch schon.. Markiert. Und zu viel markiert und... Kamera ist weg. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblla. Also hier ist auch noch einer. Ich bin markiert. Hier ist auch noch einer. Nochmal markiert. Aasie, und weg. Er haltet einfach die Nerven, sobald sie treten, die zu zweien. Hinten über den Gang, ach hier ist Ivy Cloth. Ah, Tropos aufgekommen bei dir. Mikey, das machst du aber schon sauber. Ich glaube, ich höre was über den White Stairs. Schauer gemacht. Scheiß Blackbird, ey. Du hast noch Klirr gehört. Ja, gut. Und wieso läuft das jetzt in Blocker? Ach, das ist ein Blocker. Er klärt sie von selber, Alter. Das ist aber ein Schwott. Locker funktioniert, aber kein Rang. Scheiße. Wir hatten auch schon Tage, da haben wir richtig auf den Rang abgesahnt, ey. Noch ne Runde, noch ne Runde, noch ne Runde. Ja, da war ich noch immer nie dabei, deswegen bin ich Bronze. Da war ich auch Bronze. Auf einmal war ich Silber, Alter. Ich bin, seit ich hier habe Sieg Niederlage 0,5. Ich bin hier gut, 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 gut. 0,5. Ich werde das nicht los. Dass das immer ist, kann doch so. Bei mir auch. Der kriegt das, was er verdient. So einfach ist diese Rechnung. So, dass bei mir Sieg Niederlage aussehen. Irgendwie 1,6 oder so. Das geht bei mir nie weg. Da muss er oben. Was müssen wir wollen? Was müssen wir wollen? Lauf, lauf mal für den Knack durch den Regen. Markieren, markieren. Dann kriegt sich das auch wieder. Markieren, markieren. Die habt ihr nicht markiert? Das ist ja doof. Komm. Ich habe er aufgenommen. Aua. Gut war es, dass du Arsch, ne? Oh, gut. Ich habe mich aufgenommen. Nein, ich mache eine Granate rein. Toll. Wegen dir bin ich geblendet. Von der Schönheit. Ich mache eine Granate rein. Nein, weg nach rüber. Schön. Nein, ich soll leider nicht selber. Okay, jetzt reißt euch Zapp. Ey. Nein. Ich sage mal, ich bin zu jetzt. Doch haben wir es nicht gewonnen. Es ist locker. Ja, trotz. Du bist halt dabei. Ich bin dann mal tot. Tschüss. Ich komme da und schließe jemand die Tür offen. Ja. Favera. Cavera. Links, 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 Lilo. Hinter dir, hinter dir, ST. Und Vorsicht, hinter dem einen Schild im Bahnmuseum ist eine Entrymat. Ja, auch hier in der Ecke. Komm zu dir rüber, glaube ich. Ja, komm mal hier ganz in die Ecke, wenn sie kommt und ich bessern will. Warte, ich versuche mal das Geländer wegzuschießen. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ah, fuck. Ich wollte mich jobben lassen. Nein. Wie vor ging das nicht irgendwie schneller? Sonst wäre ich jetzt noch am Leben. Echte, du alte Trödeltante. Ups. Pff. Pff. Ne, geübt. Ah, wie reicht das jetzt? Was wir hier machen. Hast du aber auf jeden Fall drinnen? Ist hier irgendwie Eier. Steht da so richtig rum, Alter. Das hat jetzt geil ausgeschaut. Wie in der Jurassic Park, als der Dino, um einmal dastand. Wie kannst du da hoch? Ich bin da hoch, oder runter? Wo ist die? doch mal jemand da Achtung oh mein Gott du bist gerade an der Frost-Trap vorbei richtig knapp Vorsicht Kamin 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 rechts Kamin links oh guck nicht ins ja ja aber er hat sich nicht bewegt gar nicht das ist dann noch einmal da und da ist bevor der nur rüber ist und da ist auch beim Mac wie beim Warfell auch die Kamerabewegung vom Ivy weißt du sag sag hey war da was? Da ist was was ist das die weiße Grau schlafen 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 man hat schluss in den Gedanken dann von Ivy verfolgen gehört oh oh da ist das hochgerannt oder runtergerannt das werden wir nie erfahren das werden wir nie erfahren ich glaube die ist runter oder? ich denke schon dass sie runter ist aber wissen tue es nicht Gesundheit Dankeschön nicht nicht schlafen schlafen Ich bin schon Die sind weg, die sind draußen am Fenster. Jetzt ist er auf, jetzt ist er auf der Drücke. Den ist auch was. Ich gehe an den Dropper ran, dann kann ich noch C4 reinschmeißen. Jetzt ist er reingefallen. Oh, ist weg. Ich weiß nur mal was nach hier. Ich bin doch umkämpft, ne. Ne. Alles gut. Na, rechts. Na, wenn man so zusammen rumläuft, zu zweit ist das ganz schön. Ja, ich bin dir doch ein Team Bank hinterher gedacht. Aber er hat funktioniert irgendwie komischerweise. Ja, heftig, ne. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Er ist da reingedrottet, du hast da durch die Wand geschossen. Da wusste ich irgendwie, ich habe drei Spiele und so. Er ist mir völlig apathisch. Ich bin da von hinten gegangbangt, Alter. Und ne Alpha. Oh mein Gott, ich dachte schon, Alter. Du hast gedacht? Es hat ausgeschaut, als wäre es ein Millimeter davor stehen geblieben. Dabei habe ich aber doch noch eins bekommen. Aber ich habe Alpha Pack. Ich bin da drin. Hat das weh getan? Wollte Algi jetzt aufhören? Ich hab ein Morscht. Er, 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 er. Ich hab mir jetzt noch mal ran gemacht, ne? Ja, auf dem Fall da oben steht auch oben locker, oder? Ja, locker. Ich bin locker, Alter. Warum heißt es locker und nicht ran? Jetzt müssen wir jetzt nochmal, ok? Genau das gleiche. Das hab ich gemodelt. Wir machen jetzt genau das gleiche nochmal, Trevor. Wir schaffen das. Schon wieder. Was sollen wir denn noch alles schaffen? Dali hat sich ein Kabel gekauft. Das liegt jetzt bei ihm im Schrank. Wieso im Schrank? Das ist ja nicht. Das glaub ich jetzt nicht, oder? Zu lieb, was? Kabel kaufen, in den Schrank legen, das ist ja gänzlich falsch. Aber das staubt das nicht so schnell ein. Aua. Freunde, wenn die Verpackung nur verschlossen ist, ist da noch klarer Titel. Ja. Garantie sei so. Ja. Hast du gehört, Charlie? Gehörte! Nein. Mach den scheiß Dudelkasten raus. Scheiße. Ein Ding zu wenig dran gehabt. Mist. Pakete, dann ist das Auto weg. Echt schnell. Ich wurde. Ich wurde. Ich habe gesehen, du hast letztens auch andere Operator gespielt, ne? Du wirst gleich wieder dran verrückt, ne? Nein. Ja, wir. Ja, wir. Ja ich mal nicht. Scheiße, was sieht nicht, wo die Kanone von der Karre hin zeigt. Halt, lass offen! Tja, egal. Ich bin dann offen durch. Ja, mach ich. Easy peasy. Aus der Richtung kommen sie. Oh, aua, aua! Komm, aus der Ebene. Ist schon der Weg? Ja. Oh, ich bin geblendet. Ach, ich war es auch nicht. Zepp, ich hab in dem Moment aufgeschaltet. Ja. Ah, noch einer. Das ist leider nicht. Wir müssen, verdammt. Alles Autos. Ja, hier ist alles verdiebelt, alle. Der Trainer wollte mich durchräuchern. Warum komme ich hier nicht raus? Oh, hier ist es. Ich termite, termite. Der Miete. Ich stelle nur. Der Miete kommt von hier. Markiert. Komm, kommt. Der Miete kommt. Sehr gut, weg. Küche ist, oder? Ja. Ja, genau. Bei den Treppen oben ist die Küche. Ich glaube, der ist weiter hochgelaufen. Der ist auf der Treppe. Der ist auf der Treppe. Der ist auf der Treppe. Der ist gerade im Schlafzimmergang, Treppe runter. Er ist auf jeden Fall auf der Treppe. Ich glaube, er liegt da. Der ist auf der Treppe. Easy for peasy, ey. Das war knapp. Das war ein... Krieg ich auch bessere Gegner? Gerangspiele Na klar, Schalespanzer Kann sie mal rüber schicken? Fahre ich hier ein bisschen in den Reinbau mit dem Panzerbocker Das ist mir lustig Das stelle ich mir auch lustig vor Da kommt echt mal ein Panzerangebot Ich schiete nicht Das ist alles legitim Das ganze Haus ja gleich kaputt Wenn da einer schießen tut Selber Raum Ich habe Kasten Ich rasche jetzt rein Ich rasche Waschelst Ich wasche nicht Ich rasche Neue Erfindung erfunden Neue Erfindung erfunden Alles klar Alles klar Ich glaube es ist jemand in der Garage Warte ich fahr mit Drohne Warte ich fahr mit Drohne Bido Bido Ja hier direkt um die Ecke Bido 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 Ey das gibt's nicht man Der hatte ne Pumpe oder so Ja gut ne Der ist runter gesprungen Wie? Der ist von der Garage Da ist er reingesprungen Ja dann spring ihn bitte Komm er weiß nicht dass du da bist Die Bisten kosten Schnall ihn ab Ich habe den C4 geschlossen Geh dahinter Warte Weißt du wo ich hin meine Rechts hinter Rechts von dem Tresen Weißt du Nicht da lang Du reingehst Mach dein Schild auf Und jetzt geh dahinter Gerade wo du nicht guckst Wo die verstärbte Wand ist rechts Und jetzt kannst du nämlich dein Schild rein Einfahren Wissen und schießen Das ist hier erstmal ein bisschen abzulenken hier Oh da oben ist auch einer Rechts von dem Tresenhaus Da oben ist einer Der tiefer noch Oben links Charlie Nein Ich hab den sogar noch markiert und durchgegeben Wo ist die Granate? Renn doch einfach um die Ecke und knall ihn ab Die Schweine haben Candy getötet Das ist doch markiert Das siehst du nicht Hä? Das sieht scheiße aus Ich hab ihn nur gedowned Ich hab ihn nur gedowned Was gibt's nicht mehr Das kann doch nüchwa sein Das kann doch nüchwa sein Bestrebe Links war der Ich glaub links in den Raum wo du ihn fußt Da links Hinter dir ja Wow Wo es da vorne aufgemacht hat wahrscheinlich Links oben Alter der saß da immer noch Auf dieser Jukebox ne Also Da hinscha Waren nicht g-sih chains Ich hab ihn doch gesellen n Ich hab ihn doch noch mal Ich hab ihn doch noch mal Ich hab ihn doch noch nicht Auf diesen N Typen hier Deswegen Wir werden gerascht Er ist da alles nicht Was wird denn fixiert abgeleitet? Was wird denn fixiert abgeleitet? Voll fixiert und dann sitzt er immer oben links. Scheiss! Fick, fixiert! Ja! Was sollt ihr denn jetzt Angst machen? Dass ich sie jetzt dann alle weg kill, sodass sie nicht weg... Was ist das? Losf! Lass Sie doch, Fick! Pfff Oh, da hängt mein Puff raus Ah, hier ist die Transmörder Ja, die kommen Oh Aua, die schießen da Dumpfe Ey, das gibt's nicht, ist hier so ein Kopf und der stirbt nicht man So eine Da war er doch Terror unten Die legen an Alter, hast du das gesehen? Da Daneben geschossen Wohl getroffen oder? Letzte Zeit Nee, nicht der ganze Zeit Weißte Zeit ging rechts daneben Anfang hat getroffen und Ende hat getroffen Hast du schief, hast du schief gepumpt Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen Der war komplett drauf alles Achtung, der kommt dort Ja In unserem vierten Fall Da haben wir zugemacht haben die Wände Da ist das Da ist das Wohl, die sind ja hier im Dreck Der Browser, ja Die sind ja hier im Dreck 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 Der Browser Der Browser ist hinter dir an Hinter dir Der Browser ist gemutet Einer muss Charlie helfen Oh, du bist wie Charlie Oh, pass auf Oh, kacke Jetzt fliegt auch noch einer Ball Bebe noch Wer ist denn? Wer läuft denn da oben? Ich gehe außen rum Der Eier Wie du Dieses dreckiges LeWorten Pack also Unter dir? Okay, das ist schon Alter Hui Fuck Ich bin nur Scheiße Das schaffe ich nicht Alle drei Ja, wir schaffen Boah Bisschen unkontrolliert Reingeloppt Es wird gut Sowieso Die machen wir mal ernst, ne? Tillmann Ernst? Was ist das? Der ist ernst Warum rekrutierst du? Weil ich jetzt rasche Wir sind oben. Aber nicht im Bargeldraum. Nee, Hauptschlafzimmer oder wie das heißt. Ja. Oh nee, jetzt habe ich den auch mit dem Schild mitgenommen. Oh, den Trudel hier. Ja. 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 Platzieren. Balls of Steel. Ey, Junge, was habe ich denn bitte für ein Pech, Mann? Wie Pech. Was? Noch mal ein Bällchen. Erik links. Warte Bällchen. Ich nehme Warte Bällchen. Das, was du durchs Loch guckst, links, dürftest du den eigentlich auch... Ivy, bist du im Raum? Nee, ne? Nee, noch nicht. Warte Entdeckt. Na super, von was denn? In einem Bade. In einem Bade. In einem Bade. In einem Bade. Da ist auf jeden Fall einer. Beide im Bade. also ich gucke es da noch mal rein bei nummer trepp schon zu sich deck die decke äh die treppe da ist keiner drin deck die treppe bitte nicht mehr futzen beide da drinnen beide da drinnen der letzte links unten in der bei der toilette der letzte unten bei der toilette toilette links was macht ihr denn der liegt da immer noch ja marschloch echt lecker echt lecker aber schön platziert alter die 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 Jetzt haben wir keinen Thatcher dabei, Mist. Ah, scheiße. Es geht um malungu, alle malungu, alle malungu, alle malungu. Es soll ein Malungu-Boke. Nummer U. Nummer U. Weiße. Trost auf holt statt. Das war geil, ja. Wo lutscht ich? Oben oder unten? Keller, oder? Und oben. Ja, die sind oben. Ja, die sind oben. Helperraum. Wie kommt gerade? Warte. Warte mal, ich futze da. Ja, futze. Und hier futze ich auch gleich nochmal. Und ich wurde von der anderen Seite drüben erschossen. Anna, ich auch. Ich hab im Trainingszimmer ein Loch reingemacht, vorsichtig. Da liegt einer drinnen und krabbelt jetzt durch in den Trainingsraum. Echt? Da ist einer in den Trainingsraum gekommen. Echt? Warte, warte... Oh nein... Warte, warte. Ah, warte. Cool! Warte, warte. Da Dusche ist einer. Hä, von wo, Mann? Er hüpft. Ich hasse es, Mann. Ich hasse es. Yeah, Mann. Der Doktor rein. Der Doktor rein. Noch einer, noch einer. Letzten beiden wieder in den Raum. Ich konnte den Augen. Ich habe die Oberfläche. Er. 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 Pfff! Wo ist das? Da ist es! Da, schießt auf ihn! Lass durch den Tisch! Warum schießt du denn nicht? Wechsel! Na, die ist nicht ausstrahlen, ein bisschen älter. Weil ich auf einmal die von Strasse gedrückt hatte, werde ich nicht den Fokus verloren. Antwort genug! Okay. Heiß, ich bin so dumm an dem Fetzer da gestorben, Focke. Focke, Focke, Focke! Sonst hätte ich natürlich viele schöne Löcher reingelassen. Wird echt super gewesen. Eine Runde muss ich noch, ich hab das Level irgendwann nicht voll. Ich krieg die Kotze, ey. Ja, eins brauche ich auch. Rhythmus geschafft, hätte ich mein Leben voll gehabt. Jetzt muss ich noch eins machen. Alter, ich bitte, ich möchte schlafen. Ah, schön im Up! Ah, schön im Up! Oh mein Eck! Oh mein Eck! Level 17, Alter! Level 49! Was ist das? Ich bin ein bisschen zufrieden. Das ist ein Buss. Oh, das ist ein Buss. Ausstrahlung Geh, 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 geh. Geh, geh. Geh, geh, geh. 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 Hausstelle, großes Fenster wie vor. Geh, geh. 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 Geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh. Kinderzimmer. Einer war auf jeden Fall im Badezimmer am Fenster, das war der Puls, homosexuelle Eltern. Warte, ich werfe mal einen Thatcher erstmal hin. Tschüss. Tschüss. Ich seke den Behälter. Bandit, Baustelle, Bandit ist eine Baustelle. Oh nein. Alter. Ja, ich bin über dir drüber unglücklich gestorben. Habt ihr die Killcam gesehen? Ne, ich hab nicht gerade dich hingeguckt. Das war bestimmt super. Ach Gott. Kimmst du? Das war's. Das war's. Oh, das war's. Oh man. Mensch. Wieder der Scheißraum hier. Oh, ich hab ne Kamera zerstört. Oh, ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne. Oh. Dankeschön. Hm. Dura ma turma, der ma turma, gula ma turma. Hier muss Noren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber er ist wieder runtergegangen. Ey Junge Mann. Ey man hört nichts. Jetzt geht er wieder ins Fenster. Nein, sie wollen dich nur grad holen. Okay. 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 Ich würde sagen Hauptschlafzimmer. Hauptschlafzimmer. Nein, unten. Bekehrt rechts. Ach, der Bank ist das, ok. Ist immer noch in der Küche. Ja, das ist ja. Kommt jetzt über die große Wendeltreppe. Pinguine! Pinguine sind gefährliche Raubtiere. Ja, ne? Wir liegen auf der Lauer, um dann im entscheidenden Moment den finalen Schuss abzugeben. Skapläse rédu gerçekten. So, wir gehen jetzt mit. Kau. Gute Nacht! Ich lessen noch. Bis später. Im Tief. Auf Wiedersehen. Tschüssi! Ah, du arme Sau. Wer geht denn jetzt? IP4 ist gegangen. Raude Willow ist gegangen. Oh, da fehlt ja noch einer. Hm, Zimmer zu viert. Moment. Jetzt ist er zu tot. Es gibt ja noch Pause, oder? Ali ist auch weg. Was? Das ist aber scheiße. Dann sind wir ja ganz allein. Jetzt sind wir sozusagen gefickt. Genau. Ja. Moment, ich mach hier aus. Sofern sie voll aus sind. Uah. Na. Wer macht gut nach. Stich gelassen, Alter. Das geht doch nicht. Bimsen. Du musst hier die klaren Regeln neu aufsetzen. Mittags um eins hier. Dittenfegen. Werktags bis 21 Uhr Minimum. Ab 21 Uhr bis 3 Uhr nach Sp...